Wir gehen jetzt auf die höchste Aussichtsplattform in ganz New York. Okay, wir müssen hier hoch. Hier hoch. Peckshake ist so lecker, aber jetzt müssen wir hier hoch. Und hier ist es. Unsere Tickets sind schon dran. Wir stehen an. Ja, hab ich nicht. Ich hoffe, wir haben jemand anderes. Boah, bin ich gespannt. Ah, okay, Metallic TechCon. Okay, jetzt wird noch ein Foto gemacht. Okay, hier sind die Aufzüge. Wo sind wir hier? Update, das waren doch nicht die Aufzüge. Hier erzählen sie uns, wie sie Wurzeln kühlen. Und das gebaut haben. Okay, jetzt aber. Okay, wir sind drin. Jetzt geht's hoch. Druck auf den Ohren. Oh Gott. Und da geht's zu der Aussichtsplattform. Let's go. Hier draußen. Hier kann man einfach alles sehen.